Den Kindern und zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, beschäftigt uns alle. Dabei wollen auch wir als Dekabank einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten auf einem Gebiet, auf dem wir uns auskennen, der Geldanlage. Eine innovative Idee. Um Nachhaltigkeit bei der Geldanlage für Sie zu ermöglichen, hat die Dekabank ihr Zertifikate-Angebot innovativ weiterentwickelt. Dazu wurden gemeinsam mit dem Indexanbieter MSCI exklusiv drei nachhaltig orientierte Aktienindizes mit dem Fokus auf klimafreundliche Unternehmen entwickelt. Diese Indizes enthalten Aktien von Unternehmen aus den weltweiten Industrieländern, aus der Eurozone oder aus Deutschland. Was kennzeichnet nachhaltig orientierte Indizes? Die in Frage kommenden Unternehmen unterliegen Ausschlusskriterien. Verstößt eines gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie beispielsweise den Schutz der Umwelt oder Menschenrechte, wird es nicht für die nachhaltig orientierten Indizes zugelassen. Genauso ausgeschlossen sind Unternehmen, die grundsätzlich als nicht nachhaltig angesehen werden, wie zum Beispiel Hersteller von Atomwaffen, Tabakproduzenten oder Betreiber von Atomkraftwerken sowie generell Unternehmen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsrating. Zudem legen die Indizes eine höhere Gewichtung auf Unternehmen, die ihre eigenen Klimarisiken reduzieren oder an Lösungen und Technologien in Bezug auf den Klimawandel arbeiten, um unser allerwohl voranzutreiben. Wofür steht Decrement im Namen der Indizes? Decrement ist Teil der Indexberechnung und bedeutet Abschlag. Dieser wird täglich vom Indexwert abgezogen und summiert sich im Jahr auf 4 beziehungsweise 4,5 Prozent. Im Gegenzug werden die Nettodividenden der Indexaktien hinzugerechnet. Und wie kann man mit Zertifikaten in die MSCI Climate Change Indizes investieren? Die Indizes sind Basiswerte verschiedener Zertifikate mit Nachhaltigkeitsmerkmalen der Dekabank und in diese können Sie in Ihrer Sparkasse investieren. Mit Zertifikaten der Dekabank ist Ihr Geld gut angelegt. Egal ob der Markt fällt, steigt oder sich seitwärts bewegt. Es gibt für jede Situation und jeden Anlegertyp das passende Zertifikat. Entdecken Sie die Zertifikate mit Nachhaltigkeitsmerkmalen von Deka Investments auf deka.de slash Zertifikate oder vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin bei Ihrer Sparkasse.